einen wunderschönen guten morgen zusammen zum webinar live trading zur börseneröffnung am morgen natürlich mit mr stereo trader dirk hilger mein name ist florian scharschmidt und ich darf sie ganz herzlich im namen von fx flat heute morgen begrüßen ich bin mal gespannt in welche richtung der markt heute gehen wird und was der dirk daraus macht ich hoffe sie genauso wie ich und von daher springen wir mal direkt zum risiko hinweis denn sie kennen es alle genau wie jedes andere webinar auch dient dieses nur zu schulungs und informationszwecken bitte verstehen sie nichts was der dirk gleich zeigen handeln oder analysieren sollte als handelsempfehlung oder anlageberatung das ist unser risiko hinweis immer vorweg ja denn am ende müssen sie immer ihre eigenen entscheidungen treffen ganz gleich was sie in den webinaren sehen werden gut dann würde ich sagen dirk ich drücke beide daumen und wenn was sein sollte ich bin da so wenn ich richtig gedrückt habe sieht man meinen bildschirm gehe ich mal von aus fx live trading zur markteröffnung sieht man die richtige broker das ist schon mal gut und das richtige webinar jetzt quasi nur noch schief gehen jetzt sieht man dich gar nicht so schlecht aus so dann sage ich an der stelle auch mal hallo moin und herzlich willkommen hier zur markteröffnung mit meiner wenigkeit und dem dax und dem anderen hauptdarsteller dem dau ich habe dann hier ich dachte springe ein bisschen sommer und farbe hier rein nachdem es jetzt draußen auch wieder schön wird und da kann man ja mal irgendwie so die die dunkle klamotten dann auch langsam mal ablegen ich hoffe euch geht es gut wie immer habe ich auch schon im blog geschrieben freue ich mich wenn ihr euren input und senf hier dazu gibt und dann ist es für mich nicht oder nicht ganz so eintönig beziehungsweise für euch ja dann auch nicht ganz so langweilig wenn hier so ein bisschen interaktion dann halt eben auch da ist so ich hoffe man hört mich laut genug ich drehe mal hier noch ein kleines bisschen lauter dann sollte das aber passen alles gut alles gut von der lautstärke ich höre dich nur ganz leise aber ich denke mal dass es ja ja ich kann ein bisschen schreien dann hörst du mich ein bisschen besser ja versuch mal ich gehe schon gehe schon mal an deckung ja einige haben wir vorhin ja irgendwie schon geschrieben so ich weiß schon gar nicht mehr wie es aussieht ja ich weiß ich bin momentan mache ich mich so ein bisschen rar in der gruppe das ist natürlich keine absicht hängt natürlich damit zusammen das hat derzeit wieder ganz viele sachen am stereo trader halt passieren und die machen sich natürlich nicht von selbst und da braucht es hat manchmal so ein bisschen tunnel beziehungsweise tunnelblick und da kann man halt nebenbei also wenn halt irgendwie so ein paar komplexe sachen dann halt in der programmierung gemacht werden da nicht irgendwie gleichzeitig 20 andere sachen machen das ist halt dann so ein bisschen schwierig dann dauert alles nur noch umso länger das hat die erklärung dafür das hat natürlich mit keine lust oder so nichts zu tun das ist klar aber unverändert schreibe ich halt den blog und mache auch die updates im live chart wenn sobald sich da was hat neues ergibt das heißt das läuft dann schon nebenbei nur meine beteiligung wie gesagt in der gruppe ich weiß das tut mir natürlich auch leid aber ich bin ja auch nicht der einzige da sind ja auch wirklich ein paar gute leute mittlerweile dabei beziehungsweise halt auch schon länger und man braucht mich daher auch nicht wirklich so ihr könnt es auch ohne mich durchaus aushalten der eine oder andere ist vielleicht sogar froh wenn es dann mal heißt aber der hilge ist nicht da endlich kann man auch die gruppe geht wenn der nicht den ganzen tag seinen senf dazu gibt und nervt und daher ist das ja vielleicht auch nicht so schlimm ne so ich hoffe euch geht's gut könnt ihr gerne mal irgendwie winken oder auch irgendwas abgeben freue ich mich natürlich so ich gehe mal rüber auf das bild im dax und da daily erstmal ist heute hier so ein bisschen ruckelig bei mir habe ich das gefühl also irgendwie mein bildschirm ich habe irgendwie schon ein paar monate nicht mehr neu gestartet ich glaube das sollte ich mal irgendwie wieder tun aber bei mir läuft immer alles irgendwie 24 stunden durch und von daher vergesse ich das gerne mal ja danke daniel für die blumen natürlich so also dax dau was machen was machen wir heute das jetzt erstmal die frage also ich fände glaube ich den dau interessanter beziehungsweise den kann ich zumindest bisschen besser gerade greifen von daher wird das wahrscheinlich heute eher eine dau eröffnung werden hier für mich als eine dax und aber mal sehen also gucken es natürlich beide mal an generell finde ich hat den markt so jetzt im was ist den daily angeht momentan sehr sehr gut zu greifen also zumindest den den dau und der hat er halt auch irgendwie so ein bisschen heißt so ein bisschen so recht ordentlich genau all das gemacht was ich eigentlich so gesagt habe die letzten tage auch im letzten webinar das jetzt leider aber nicht hier war aber da stand auch im blog hier oben dass das war dieser punkt an der stelle also wir sind hier im daily im dauerner also hier oben habe ich gesagt oder auch geschrieben im blog schon einmal rote zone und dann halten und dann wieder runter und dann hat mal sehen wie weit ja das ist jetzt halt irgendwie 2000 punkte her und gerade mal irgendwie 1 2 3 4 6 7 8 9 10 tage also irgendwie ein bisschen mehr als eine woche ist die ganze geschichte her und das passt für mich halt auch generell so ins bild so und auch gestern habe ich gesagt wir hier die 33.030 das ist die gestrichelte hier ich hoffe ich bin ich im bild aber ich glaube nicht dass die gestrichelte hier da also habe ich ja auch gesagt hier einmal diese blaue zone zurück und dann unter 33 30 ab heute könnte dann der run dann halt auch beginnen und da sehen wir halt auch gestern der schlusskurs hier im daily fast genau da drauf von daher hat auch die einschätzung gepasst so das heißt jetzt aber da wir aber hier noch drüber stehen könnte also das hier ist die tageskerz jetzt erstmal wir könnten schon noch mal irgendwie bisschen nach oben spucken ja also hier mal ein bisschen deutlicher noch mal reinlaufen in diese letzte aufwärtsbewegung hier im daily bevor es dann halt dann noch mal hat nach unten drückt so und wenn wir noch mal drücken dann sollten wir da unten auch endgültig durchfallen aber da sind wir halt ja noch nicht so aber das hat so generell mein szenario ist natürlich jetzt hier an der stelle so ein bisschen schwer zu greifen weil natürlich so genau in der mitte steht also hier unterhalb diesem bereich der ursprüngliche halt support war das sieht man ja auch hier da kam der eigentlich her und das war auch das primäre ziel wo ich die ganze zeit auch hin wollte also durch diese zone durch und dann halt eben dahin ja ich glaube fibro technisch war das dann aber irgendwie auch 76 oder irgend sowas aber da sieht man halt schön hat erstmal gehalten dann rauf und dann ist es verkauft worden und jetzt ist es dann halt natürlich dann ein widerstand so da kann der war schon noch ein bisschen deutlicher rein und dann geht es hier unten dann an die los im daily und auch im weekly und dann wird es natürlich dann auch da unten dunkel her und deswegen geht es auch nicht so ohne weiteres würde ich mal behaupten weil natürlich ist es jetzt auch vergleichsweise günstig das heißt auf dem level schlagen natürlich auch einige zu die dann sagen ah ist gerade wieder günstig irgendwie aktien zu kaufen und deswegen ist das natürlich nicht mal ebenso plopp weil es gibt ja auch keinen grund ja in anführungszeichen jetzt irgendwie fundamentaler natur warum das jetzt unbedingt alles dahin kletter sollte ist klar es gibt immer gründe aber es gibt auch immer gründe für die andere seite und im endeffekt ist es jetzt erstmal nur günstig und ich glaube das ist so dass ja ich mal mein gesicht sehe es auch gerade wenn ich mache mich mal kurz weg so und im endeffekt ist es ja halt einfach so dass hier ist es vergleichsweise günstig und das ist natürlich erstmal ein guter grund zu kaufen und deswegen glaubt das auch nicht durch wenn jetzt hat hier irgendwie größeres unheil passieren würde und wäre es vielleicht noch mal was anderes aber das wäre dann auch nur ein trigger weil letzten endes wissen wir alle wie es ist es hat immer alles relativ kurze beine und wenn es billig ist wird halt gekauft und wenn teuer dann halt zweifelsfall auch oder dann halt eben mal kurz abgesägt das ist halt so dass das generelle bild und wir sind natürlich auch insgesamt sind wir dort ja auch short unterwegs ja also zumindest mal wenn man den weekly aufmacht dann sieht man es halt ein bisschen deutlicher und aber hat hier ganz einfach vor dem aspekt ja das hier mal ein bisschen simpel betrachtet hier oben an der stelle von dem hoch kommen hier neues tief durch diese tiefs durch kein neues hoch tieferes tief kein neues hoch und jetzt müsste wenn der trend weiter geht einfach auch noch mal ein tieferes tief kommen und dann wäre der auch langsam ein bisschen stabiler etabliert der der short trend hier an der stelle aber das ist halt daily das heißt in zweifelsfall da braucht man da halt immer so ein bisschen mehr geduld bricht man das mal runter auf die stunde und da sieht man halt auch das dreht so ein bisschen auf der stelle hier die 33.030 hatte ich hier auch drin in der stunde da war also orange heißt immer da wird höchstwahrscheinlich volumen halt reinkommen passiert halt viel und sieht man halt auch mal cruiser halt so drüber und drunter ja so und deswegen sage ich erst hier jetzt nicht ganz so einfach einzufangen der markt und weil er halt ebenso mittendrin jetzt halt hängt da muss man jetzt gleich mal gucken so im dax sieht das ganze nicht ganz so sauber für meine begriffe aus also hier das war glaube ich auch so eine gestrichelte die aus dem webinar kam ich bin mir nicht sicher aber natürlich von dem tag wo das hier oben im dax wurde ja hier oben hingelaufen ist 14.807 auch die hatte ich von hier unten schon anvisiert habe ich sagt da müssen wir eigentlich noch mal hin weil eben auch der gleiche ansatz wir hatten hier oben und das ist jetzt hier das bild größer mache wird man aber gleich sehen wir hatten hier oben auch wie support auf dem oberen level dann ist er durchgebrochen ja und dann einmal ein backtest weil es ja dann zum widerstand wird weil das die wirkungsumkehr und dann halt runter so und das war also die erste anlaufstelle da hat er sich auch ordentlich zeit gelassen da waren wir jetzt dass die 13.550 sehr sehr genau also das sind natürlich alles ich weiß es nicht wie viele hier neu sind und wie viel und wer jetzt schon länger dabei ist aber alle levels die man so sieht das sind nicht geschichten die ich gestern gezeichnet habe sondern in der regel zeichnet die hat tage wochen vorher halt ein und da sieht man halt dass die bewegung diese teilbewegung die hat er sehr sehr sauber dann auch abgeschlossen und da ist jetzt dann die frage wie geht es weiter erhält sich hier das war so das erste level was ich haben wollte das erste support level diese in blau auch hier gezeichnet wo sie dann begonnen hat hat ewig gedauert und da stehen wir jetzt noch mal drüber das heißt der hat eigentlich so ein bisschen das gleiche problem dass er halt hier so irgendwie auf dem support level jetzt irgendwie da halt so schon wieder rumsteht könnte natürlich auch noch mal ein bisschen höher und dann halt noch mal da unten versuchen also für meine begriffe hier die startposition nicht so ideal ich denke aber schon dass wir am ende des tages tiefer stehen könnten also das hilft natürlich im neuen uhr jetzt nicht wahnsinnig viel da muss man jetzt halt einfach mal gucken was da halt in den markt in welcher form dann halt reinkommt also jetzt halt ein impuls ja was da halt einfach dann gleich zu sehen sein wird und dann kann man versuchen da halt dann drauf zu springen hier auch in der stunde also das heißt drauf springen ist natürlich keine empfehlung ist klar das sind halt die stundenlevels und der wäre jetzt schön gewesen hier die 067 sieht man halt das ist schon relativ genau die levels wie die hat hier jetzt gerade getriggert werden und das ist jetzt hat erstmal mein ansatz ich sehe jetzt halt hier nur 7 uhr aber hier ich gucke jetzt wirklich welchen markt wenn es jetzt hier gleich schnappen also hier ist das die die 7 uhr bewegung ja mit 9 hoch 8 uhr verkauft die 7 uhr wieder wir stehen aber hier in der aufwärtsbewegung bewegung über der 14.000 und ich hasse leider was heißt leider ich hasse einfach diese diese runden dinger der runden marken das ist immer so psycho belastet ich glaube im letzten webinar was dann auch so wo ich da wo ich dann auch gesagt habe naja bis zu 14.000 ich würde eher nicht kaufen sondern eher den schuss runter was hat er gemacht hat irgendwie den schuss auf die 14.000 also nach dem webinar und genau die 14.000 rund war dann halt der support habe ich auch gedacht das ist wieder typisch runde marken kannst du einfach nicht vernünftig einschätzen weil es dann halt einfach irgendeinen gibt der sagt ja 14.000 finde ich super warum auch immer weiter halt einfach das ist so eine so eine zahl wo halt irgendwie die ist dann in aller munde ja so irgendwie findet man dann selbst irgendwie im schlimmsten fall bei rtl und weiß der geier wo ja wenn dann halt irgendwie drüber geredet wird und das ist halt einfach so eine greifbare geschichte und da kommt natürlich hat irgendwie auch viel amateur kam dann eben zusammen und die dann halt irgendwie sagen ja jetzt musst du noch mal und also ich könnte mir schon vorstellen dass es halt viel einfluss hat und deswegen da halt so die die bewegung so ein bisschen am schwierigsten einzuschätzen sind so ich gucke mal hier gerade drüber was ihr so geschrieben habt eine minute haben wir noch bis zur eröffnung dass wir stehen hier über der 14 ich habe nur leider habe ich gerade gesehen in dem einen meter trader wenn ich statt mir hier kurz um habe ich nämlich kein live chart im dax warum auch immer dann habe ich irgendwie vergessen zu aktualisieren vermutlich und aber gucken wir einfach gleich mal so also hier erstmal den dau wie immer in firma aufgeteilt dass ich hier links zum zum handeln fünf minuten 15 minuten eine stunde und der daily und hier habe ich natürlich dann auch die die levels aus dem live chart drin live chart das ist ja das tool was eben die die levels aus meinem blog erhalten echtzeit abbildet nur so also 53 mal gucken wie die geschichte hier wie die stunde hier ausgeht ich mache die mal ein bisschen dicker das bewegen problem ist vielleicht nicht unbedingt war ja das kann ja auch mal schon mal fehler sein wenn man das sagt man schließt aber generell unter der also hier ist der der dau ich weiß das geht jetzt alles ein bisschen schnell aber für ganz lange erklärungen wird hat hier wahrscheinlich wenig zeit sein also hier ist die die 114 das war die die aufwärtsbewegung hier von ein paar stunden vorher im dax sieht die relativ ähnlich aus gehe ich auch mal rüber so das heißt hier ist dann der dax also die levels sind zwar noch dritten auch hier ist gar kein stereo trainer drin gut das ist natürlich eine verdammt gute erklärung warum da auch kein live chart da ist ich hab dir nur hier drin weil ich musste hier vorhin irgendwie die instanz neu aufsetzen und deswegen aber so ein bisschen so aber hier halt auch mal ganz kurz so nehmen uns mal das order buch aus dem future mit dazu weil wir tauchen hier gerade unter die value area ja der könnte jetzt schon da unten durch schieben aber erste minute ist natürlich jetzt auch recht tricky weil ich hier dass der raus habe ich gar nicht mitbekommen ist dass der trader hier rausgeflogen ist eben wie gesagt die templates waren irgendwie hops heute morgen daher daher kommt es dann halt eben so hier könnte man natürlich wenn man irgendwie todesmutig ist mit einer kleinen position einfach short aufspringen dann muss man aber auch ein bisschen luft mitbringen für den für den stop weil es ist irgendwie gerade in den ersten zwei minuten hier 40 punkte runter das wäre jetzt nicht unbedingt ein long signal aber ich finde es trotzdem immer noch stehen jetzt hier im in der stunde auf dem sma 20 das kann natürlich jetzt auch einfach noch mal bewirken dass der eine oder andere sagt ja finde ich gut finde ich günstig aber im zweifelsfalle wäre dann hier schon eher dort angesagt als long auch direkt um neun weil das wir haben natürlich auch mal tage wo es dann direkt einfach durchdrückt und dann hat man auch keine chance mehr die gibt es natürlich auch ich hoffe jetzt mal nicht dass das so einer wird wenn da muss man ein paar minuten abwarten wie man dann da halt noch reinkommt und oft ist auch so leider gottes dass dann hat so die ersten zwei drei minuten wird dann jetzt hier erst mal gedrückt ja jetzt hier erstmal fleißig irgendwie 50 punkte unter 14.000 da kriegt schon der ein oder andere wieder irgendwie angst geht dann raus und dann zieht es dann halt innerhalb von zwei drei minuten wieder zurück auf anfangen und versucht es dann auf der oberseite da sind wir so ein bisschen dass das gefährliche bei der bei den ersten paar minuten dann sieht man jetzt auch hier das ist schon wieder fast die hälfte zurück von der bewegung innerhalb von nur drei minuten ich muss jetzt hier nur mal ganz kurz operieren ich will mir natürlich hier das der trainer natürlich hier drauf schrauben logischerweise damit ich auch mal die levels alle sauber habe und sofort da ist auch live char wieder da so eine sekunde gleich wieder zu sehen beziehungsweise mein bild ich bin ja nicht so wichtig und dann kann man hier wieder vernünftig arbeiten so also da ist es wieder so jetzt habe ich hier zumindest auch mal die richtigen levels und kann mich auch bei seinem chart hier bewegen also hier sieht man halt unten die gestrichelte gestrichelte sind meistens alte trendgrenzen und man sieht halt dass da ja halt das ist immer sehr 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 oder sehr oft sehr 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 genau reagiert das hier ist ja wirklich auch die tickets gerade und aber eben auch hier h1 sma 20 der könnte schon irgendwie es könnte schon zur folge haben dass er gleich noch mal irgendwie eine runde hoch zieht und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig was jetzt hier short angeht ja und das ist ja auch generell jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert hier oben ist der point of control in orange wie immer und und das heißt wenn wir nochmal in die value area zurück laufen sollten ich bin hier im 2 minuten chart wenn wir da rück laufen sollten und dann sind wir auch ganz schnell wieder auf anfangen und dort genau dort ist ja eben auch der der point of control der point of control für diejenigen die das nicht kennen aber dürfte es ja kaum noch einen geben der das nicht kennt das ist einfach nur der punkt mit dem mit dem höchsten umsatz also wo heute dass das meiste volumen gehandelt wurde so also hier ist ein kleiner stich durch kann sein und dann hat wieder zurück wäre möglich ja so von daher ich sage ja es ist ein bisschen schwierig zu greifen und mal gucken wenn es gleich irgendwie wenn man irgendwo vernünftig was erkennen kann und dann werde ich auch versuchen eine position da aufzumachen welche richtung auch immer also ich versuche mich hier auch mal zu orientieren was macht der m 15 hier oben wo ich gerade umklicke und da sieht man zum beispiel das hat hier relativ viel support war auf dem level also das ist jetzt von gestern abend über die nacht hindurch da kam er halt die ganze zeit nicht durch und von daher ist es natürlich jetzt erstmal soweit plausibel dass der da halt rumstochert und das wäre jetzt auch das die erste chance wo der markt jetzt halten könnte und dann halt eben nochmal auf der oberseite dann halt versuchen ob er das dann im endeffekt dann hat schafft das steht natürlich auf einem ganz anderen blatt aber halt hier die reaktion ist jetzt erstmal schon soweit ist das okay passt auch immer noch hier zu dem sma 20 auf der stunde es passt schon alles noch zusammen also von daher ich würde jetzt irgendwie nicht blind sagen so dass ein sma der der ist dann long es muss natürlich schon irgendwie ins gesamtbild reinpassen und das ist jetzt hier für meine begriffe schon der fall so das heißt auch er muss auch hier nicht irgendwie die stunde komplett ist sich irgendwie nach nach oben drehen sondern es reicht ja auch wenn reaktion da ist sondern nur hier reinkommen finde ich irgendwie gerade ziemlich schwierig finde ich irgendwie nicht so wirklich einfach also generell macht macht das schon sinn ist auch hier also in der 15 minuten das ist ja noch nicht fertig das heißt die bitte erst ein paar minuten fertig in der hälfte stehen wir unten und oft so dass in der hälfte die bewegung erstmal in die andere richtung geht aber die kerzen laufen hier das sieht man ja relativ lange und weit überall durch also zumindest hier mal im m2 ja und das immer wieder bei 14.000 hurra hurra das ist hat natürlich dann genau das ding das ist genau die nummer mit denen mit den runden marken von daher wäre es jetzt nicht weiter verwunderlich wenn wir es einfach hier oben drüber ziehen ich würde ja auch long mit geben so ist es ja nicht aber halt das ultra lange teil hier dadurch wo setzt man denn da an also bei einigen auch hier genau wie wie gerade gesagt wenn wir erst wieder zu drin sind in der value area also die ja hier unten gekennzeichnet ist stehen wir relativ schnell wieder am point of control also hier genau das hat er gerade gemacht das waren irgendwie 40 punkte aber trotzdem den zu greifen fand ich jetzt immer noch nicht einfach also mir also ich bin natürlich auch generell immer mal froh wenn wenn der markt das macht was ich beobachte ohne dass jetzt eine position da unbedingt drin habe ist natürlich immer gut wenn man eine position drin hat keine frage aber generell um ein bisschen gefühl für den markt zu kriegen um zu sehen liege ich irgendwie total falsch habe ich heute irgendwie ein gutes oder schlechtes händchen dafür ist es eigentlich immer finde ich auch schon mal ganz hilfreich und klar wenn ihr selber was handelt und dann habt ihr ja auch so ein bisschen feedback dann von meiner seite und vielleicht sagt der eine oder andere dann auch ach ja stimmt auch guck dann war mein long ja eine gute idee weil ich sehe nämlich hier gerade zwei leute manuel und der lutz beide irgendwie long und ich glaube denen gefällt das ganz gut wenn ich dann mit solchen beschreibungen komme und das ding dann auch genau das noch macht das ist natürlich dann schon recht hilfreich keine frage so jetzt haben wir genau das ding also einmal hier im 15 ich das jetzt mal anguckt also hier unten schön in der zone aufgesetzt und dann hier ziehen wir jetzt wieder über den anfang weg und jetzt hoffe ich einfach nur dass wir nicht komplett da oben raus laufen weil dann würde ich nämlich tatsächlich versuchen da halt eine long mit mit zu nehmen aber dann halt eben auf der und also auf der öffnung irgendwo in der nähe von der öffnung die ja dann heute auch die kasse eröffnung war eben auch hier die m 15 irgendwo dort in der in dem bereich und nicht jetzt dann irgendwo oben drüber das wäre natürlich dann jetzt bisschen mies um da rein zu kommen aber generell kann er das natürlich machen dass er jetzt einfach hier oben abhaut ja und keine frage aber wie gesagt dann ist das halt so ein bisschen schwer aber finde ich natürlich gut also wie gesagt wenn ihr da eure long position findet und dann meine ausführungen irgendwie dazu verwendet um euch da hat nochmal andere argumente zu holen ist doch super so also gerne mehr input von eurer seite gerne gerne her damit so jetzt kann man vielleicht vielleicht aber das immer natürlich wieder an also hier oben im 5 könnte man jetzt ja versuchen da halt nochmal irgendwo unter der 14.000 rein zu kommen aber dann muss natürlich nur weil der hat jetzt hier einfach mal das ist die erste bewegung und die zweite hat die erste komplett irgendwie hier weggedrückt also das heißt tieferes tief und höheres hoch und höher geschlossen ist eigentlich eine tendenz für long ja kann es mal versuchen so hier mal eine kleine position und dann mal gucken ob wir den da oben durchgedrückt kriegen oder eben nicht aber zumindest ein bisschen reaktion sollten wir eigentlich schon haben bis um um viertel nach also man kann das ja skalieren das heißt da muss ja nicht mit einem da halt reingehen deswegen auch hier erstmal größerer stopp aber was mir natürlich unverändert nicht gefällt ist halt hier die die runde marke das ist natürlich einfach keinen spaß dran und wo ich auch keinen spaß dran habe ist am EMA 200 das ist auch nicht so mein Freund das ist da passiert immer irgendwas und ich habe noch nie verstanden was eigentlich genau und auch noch keinen gefunden der mir das erklären kann was sagt der Manuel Boxshort ja das vom Heiko genau aber das ist ja dann wahrscheinlich auch schon relativ weit dann jetzt auch getriggert und ich kann natürlich nicht alle erdenklichen Strategien handeln die mir halt irgendwo so irgendwann begegnet sind auch wenn ich natürlich auf den Heiko sehr 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 viel gebe das ist einfach ein richtig guter und erfahrener Skyper und das ist ein Setup von ihm eben und also dieses Box Setup so mal gucken Stunde da oben rum M15 wäre jetzt natürlich schon wichtig dass wir ein Stück höher da oben rauslaufen zum Ende der M15 hin weil jetzt stehen wir erstmal gerade wieder nur an der Eröffnung und ich habe jetzt aktuell nur die Tendenz vom M5 weil der hier die erste raus die die Abwärtsbewegung nach oben gekauft hat mehr habe ich hier gar nicht also es ist natürlich verdammt wenig das ist klar und deswegen wäre es jetzt deswegen auch ganz kleine Position aber deswegen wäre es umso wichtiger dass wir jetzt um um 9.15 wirklich ein bisschen deutlicher da oben rauslaufen und nicht nur irgendwie so drei vier Punkte so aber ich habe ja gesagt das muss nicht aber ein bisschen Reaktion sollten wir kriegen und die sehen wir auch gerade schon wir sind da gerade schon wieder 20 Punkte nach oben gelaufen von dem Tief hier also generell Reaktion ist da ob sie dann genug ist das wird sich dann gleich zeigen zum Skyping auf jeden Fall hätte es schon gereicht auch mit der Position hier ist jetzt auch gerade automatisch hier breakeven abgesichert worden weil der BE Safe stand hier auf 11 Punkten deswegen ist der Stop Loss da gerade hingesprintet beziehungsweise hat sich schon selber nachgezogen hier oben würde der Trail anspringen also bei einem neuen hoch mit einem Abstand von drei Punkten das heißt wenn wir einen Impuls kriegen dann sind wir da oben raus mit dabei und falls jetzt nichts mehr passiert und dann gehen wir halt hier irgendwie mit einem Punkt plus oder so halt dann raus ein zwei Punkten plus aber mal sehen ist jetzt erstmal ja ein bisschen mehr hätte sein können hier im M15 aber gut der Versuch war da M5 sieht natürlich nicht so klasse aus so und das dürfte jetzt tatsächlich dann leider ich hoffe es nicht aber das geeiere um 14.000 könnte jetzt hier direkt nochmal kommen wäre schade also wer es gemacht hat hier gibt es 15 Punkte kann man auf den Knopf drücken und ist auch raus aus der Nummer ansonsten wenn man wartet kann es halt sein dass man hier einfach mit 0 raus geht weil die Wohler schon recht hoch so das meinte ich halt also manchmal muss man einfach schnellere Entscheidungen treffen aber war ja dann trotzdem zumindest nichts falsch gemacht so also wie gesagt ich habe hier bin jetzt hier tatsächlich mit 0 raus aber das Ding lag ja irgendwie 20 Punkte vorne und das ist eben immer das wenn man halt irgendwie zu viel erklärt dann drückt man auch leider oftmals zu spät dann auf den Knopf aber das ist genau das Ding hier oben die 14.000 das ist jetzt genau das Dilemma was wir halt jetzt natürlich haben so ich gucke mal rüber auf den Dau mal gucken was der so von sich gibt was der denn hier getrieben hat so weil eigentlich habe ich ja gesagt den Dau finde ich wahrscheinlich einfacher zu greifen aber bin dann jetzt doch mal kurz am DAX hängen geblieben aber generell war es ja okay also wie gesagt Bewegung war wie beschrieben Reaktion wie beschrieben selbst jetzt noch hier der Rücklauf auf den einen Punkt wie beschrieben also das passt ja erstmal alles so auch wenn ich jetzt hier nicht viel draus gemacht habe aber wie gesagt darum geht es ja gar nicht sondern also ist natürlich schön ja das ist dann eine Show finde ich natürlich auch super wenn ich irgendwie sagen kann hey guck mal hier 100 Punkte zack ein Trade aber das ist nicht das einzige rum es geht sondern ja eben auch darum den Markt zu erklären zu verstehen und zwar in Echtzeit und nicht nachher zu sagen ja das war jetzt so weil das so war das ist immer ganz einfach da findet man immer irgendeinen Grund da geht ja vielmehr darum das halt wirklich in dem Moment dann ja hinzukriegen wenn der Markt es dann halt macht so also im DAO ich mach dir mal kurz groß hier weil das Level habe ich ja drüben nicht drin so die habe ich vorhin eingezeichnet die 114 die habe ich hier im Webinar eben eingezeichnet und da sieht man ja natürlich halt auch das habe ich mir so ein bisschen gedacht das hat hier unter der Aufwärtsbewegung nachdem die hier wieder verkauft wurde dass wir dort dann halt Schwierigkeiten kriegen und deswegen halt hier dann auch die Reaktion für meine Begriffe passt das erstmal so das heißt aber auch hier muss jetzt erstmal nicht mehr so wahnsinnig viel passieren vielleicht nochmal irgendwie Versuche auf der Oberseite und dann vermutlich so ein bisschen hin und her an der Stelle aber mal gucken warte mal irgendwie zwei drei Minuten aber hier wäre meine Tendenz schon klar short also nicht long auch wenn der insgesamt noch Platz nach oben hat aber der Tag ist ja auch noch lang wir haben hier einfach noch Zeit hier habe ich auch den Flux drin den wir tatsächlich demnächst auch mal irgendwie richtig mal vorstellen müssen habe ich mit dem Timo nämlich irgendwie auch gerade festgestellt dass der zwar in den Webinaren so nebenbei dabei ist aber eigentlich ist das noch richtig hat da auch noch keiner was dazu gesagt auf jeden Fall zeigt der mir jetzt halt an dass ich halt hier im M5 habe ich einen Short Trend im M15 einen Long Trend das ist natürlich generell ein bisschen ein bisschen widersprüchlich schwierig ja und im H1 aber auch wieder Short das heißt wenn wir den H1 fortsetzen dann machen wir auch ein neues Tief und in Folge dessen liegen zumindest die beiden zusammen am schönsten ist natürlich immer wenn man halt so eine ganze Reihe hat M5 Short, M15 Short, H1 Short und dann sucht man sich halt einfach am kleinsten den höchsten Punkt und macht da halt eine Position auf und aber das ist hier jetzt gerade noch nicht der Fall und der M15 hätte einfach rein trendtechnisch nochmal Platz bis auf die 200 das heißt also nochmal hier oben ans Tageshoch also in dem Bereich hier kann er machen ja und von dort dann halt nochmal runter so aber dann hätten wir umgekehrt das Problem dass der M5 dann auch schon wieder Long wäre M15 Long und der H1 möglicherweise dann halt zum Schluss geknackt wird also da muss man ein bisschen gucken also ich finde es immer ganz gut die Fragen kamen letztens auch so was bringt das denn irgendwie dann ja also ich würde halt zum Beispiel vor 9.30 Uhr würde ich mir über den H1 jetzt nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen weil der einfach noch Zeit hat sondern da hätte ich dann schon eher die kleineren Timeframes im Auge und dann halt zum Ende der Stunde hin weil sich ja meistens das Bild im Markt immer zum Ende der Periode hin erst aufklart also typisch DAU zum Beispiel ist um 21 Uhr irgendwie drehen alle durch denkt man ja aber im Endeffekt löst sich einfach nur dann tatsächlich erst die Tageskerze sehr sehr oft auf und es ist ja nicht so dass der Markt irgendwie oder ganz ganz selten so dass der Markt dann um 9 Uhr startet steigt und steigt dann bis um also jetzt der DAX zum Beispiel steigt dann einfach von 9 Uhr bis 17.30 Uhr wann hat man das denn mal ja das ist irgendwie alle 100 Tage also irgendwie 2-3 mal im Jahr ist das vielleicht der Fall aber nicht ständig und meistens ist ja so der Markt startet irgendwo die ersten Dinger sind drin dann gammelt es in irgendeine Richtung jetzt rauf oder runter und dann halt zum Schluss wenn die dicken Positionen kommen also mit den Amis zu dem deutschen Markt Schluss hin und dann plötzlich löst sich das Ganze ganz anders auf und mit den Amis ist nichts anderes um 15.30 Uhr da dreht dann irgendwie auch alles durch und dann halt nachher um 21 Uhr klart sich dann halt das Bild und dann guckt man sich die Tageskerze an und denkt so klar macht ja Sinn und genauso ist es halt eben mit den kleineren Timeframes die Stunde wie die jetzt hier steht hier unten die bleibt ja so höchstwahrscheinlich nicht stehen sondern die wird ja nachher irgendwie in 40 Minuten irgendwie ganz anders aussehen und dann ergibt es dann natürlich auch plötzlich Sinn und aber halt eben erst in der zweiten Hälfte und nicht irgendwie davor wird das halt passieren und deswegen sage ich wenn man sich die Trends anguckt und dann muss man immer irgendwie so ein bisschen die Uhrzeit im Auge behalten damit man eben nicht zu früh auf die falsche Periode dann halt setzt und wir sind jetzt hier einfach im M15 sind wir Long und der ist der nächst größere in Anführungszeichen der auflöst und der würde am liebsten ein neues hoch machen also hier über die 200 raus das ist keine Frage den M5 der hat hier wäre der an der Grenze bei der 141 und wenn die geknackt ist und dann wird wahrscheinlich das Ding auch in einem Rutsch da darüber laufen das könnte ich mir halt schon gut vorstellen das heißt auch wenn ich jetzt gesagt habe ich wäre da schon eher short ja aber genau das was ich jetzt hier gerade mache nämlich laut denken sollte man dann eben auch im Auge behalten um zu wissen was macht jetzt einfach auch zeitlich was liegt am nächsten auch wenn die Stunde vielleicht nachher am Ende in rot aufgeht und der ganze Markt eigentlich rot ist heißt das nicht dass jetzt hier irgendwie alle 5 Minuten rot sind oder alle 15 Minuten so und das hier werden wir jetzt gleich sehen bei der 142 erstmal wäre das dann halt hier im Trend das heißt geht man da jetzt hier oben macht da als Beispiel eine Position auf ja liegt die auch lustigerweise genau am wie heißt es am R1 also der R1 ist der Stunden Pivot also Pivot gerechnet auf die Stundenkerzen und meistens funktioniert die recht recht ordentlich also der R1 und der liegt hier genau an der Trendgrenze von daher also das kann schon sein dass wir jetzt hier auf den letzten Drücker einmal darauf springen und dann halt hier wieder runter und dort zumindest eine Reaktion kriegen würde dann auch perfekt dazu passen was wir hier bei der 142 also dieser dieses High in dem kleinen Short Trend hier im M5 ja und aber wahrscheinlich wenn er da hinlaufen sollte wird es schon so sein dass wir dann Reaktion kriegen und dann vielleicht auch drüber springen aber dann halt wieder zurücklaufen auf den Punkt hier deswegen ist jetzt die Überlegung glaube ich da nicht so wahnsinnig falsch da oben mal zumindest mal für ein paar Punkte über einen kurzen Short nachzudenken auch wenn der jetzt hier erstmal den M15 nach oben versucht ja aber ich habe ja auch vorhin auch schon ganz zu Beginn gesagt das ist der ist hier nicht so ganz einfach zu greifen weil der halt so genau in der Mitte von allem möglichen da irgendwie rum steht und von daher nicht so ganz easy deswegen glaube ich die nächste Chance wird sich jetzt hier bieten um um 9.30 Uhr dann sehen wir zumindest mal was hier passiert ist und was bis dort hin dann auch mit dem M5 dann eben los ist aber der könnte schon einmal nach oben schrucken kann auch hier theoretisch auch beides machen dass man irgendwie sagt okay wenn ihr mich hier unten abholt für ein paar Punkte bin ich auch Long mit dabei und oben gleich auch ein paar Punkte höher das muss man wirklich gleich eventuell schnell sein ich versuche den jetzt hier mal zu skypen mal gucken ob das gelingt mal gucken was hier eingestellt ist nach 15 Punkten wäre also die Position genau wie eben im DAX erstmal break even TA6 als Trading Stop und Limit Pull Back für die Order das heißt wenn wir oben drüber springen und dann braucht es einen Rücklauf von drei Punkten das ist und umgekehrt genauso das passt ja auch würde ich behaupten zur Wohler und dann jetzt halt einfach mal sehen was in den letzten paar Minuten so passiert ich vermute mal der DAX ohne dass ich den jetzt hier sehe dürfte auch auf der Stelle eiern oder bereitet sich irgendwie wahrscheinlich auch gerade auf so einen Sprung vor aber ich kann natürlich jetzt hier nicht beide gleichzeitig ich kann höchstens bisschen schummeln und hier auf dem Handy mal irgendwie nebenbei gucken was der da so treibt auf der anderen Seite ja aber es sieht ja recht ähnlich aus ich stelle mir das einfach mal hier hin und dann sehe ich ja wenn dort was passiert meistens läuft es ja gleichzeitig also sowas auch nicht hoppla und sorry war gerade wohl etwas raschelig so jetzt müsste es aber wieder gehen ist also nicht unbedingt so dass das jetzt der DAX da jetzt unbedingt die Hosen an hat kann sein ja aber muss nicht also klar wir haben natürlich jetzt im deutschen Markt haben wir natürlich die die ganzen den Aktienhandel mit dabei und im US-Markt natürlich nicht und von daher kann das so sein muss es aber nicht so der DAO hat vor allen Dingen die Angewohnheit wirklich auf den allerletzten Drücker da irgendwie die die heftigsten Bewegungen zu machen muss man natürlich auch auf der Hut sein also der Long hier ich weiß es nicht aber der spricht natürlich er spricht natürlich genau gegen diese rote 114 die ich hier unten habe und wenn der jetzt so ein Kram macht dass er halt wirklich auf die letzte Minute unten auflöst kann es ja sein dass wir da unten durch brettern und dann halt ab 9.30 Uhr die Stunde in Angriff nehmen deswegen so ein bisschen bin ich da so ein bisschen vorsichtig gerade aber ich sehe halt auch hier einfach keinen Trigger oder irgendwas ja Long wäre dann doch noch ganz gut gewesen aber okay wie gesagt 45 beziehungsweise 9.28 die letzte Minute kommt bin ich immer gespannt was das hier werden soll also erstmal ist es wirklich nur gewaltiges geeirer also wenn man das macht muss es wirklich schnell gehen also einmal irgendwie ganz schnell rauf und dann wieder zurück wäre ich ein ganz großer Fan davon zumal wir jetzt halt hier die 15 Minuten auflösen also sollte man dann auch wirklich schnell absichern so hier oben an die Geschichte dran also die 142 ist ja der der Knackpunkt und mal gucken wenn er da hinkommt also ich sicher den jetzt schon mal ab weil wir jetzt ja einfach keine Zeit mehr haben also noch 20 Sekunden und entweder der läuft jetzt da oben durch oder ich kriege halt einfach nur 3-4 Punkte 10 Punkte liegen wir vorne 13 hier oben würde ich sogar drehen ja das heißt also hier steht auf Reverse einfach nur für einen kurzen Impuls ja und C den ist auch hier genau unten drunter weil ich das nicht riskieren will dass wir jetzt halt hier mit irgendwie um 9.30 Uhr irgendwie die krasse Gegenbewegung kriegen so aber das war doch ganz okay also für den Skype war das jetzt glaube ich schon recht in Ordnung das mal eben so zu machen so wo sind wir hier ja das war noch irgendwie 10 Punkte und ist doch besser als nix weil genau das um das zu vermeiden weil wir jetzt halt eben um 9.30 Uhr also sonst wäre ich jetzt hier wieder irgendwie mit 0 rausgegangen und weil wir ganz oft sehen wir das das um 9.30 Uhr die die Stunde in Angriff genommen wird also diese die diese Vollendung eben von der Stundenkerze und das kann jetzt hier einfach passieren ich sage nicht das wird so sein ja aber die Bewegung dass das wir jetzt halt hier ja gucken wir sich das jetzt mal an im M15 nochmal wir haben jetzt hier im Endeffekt mit dieser mit dem was wir hier gerade sehen alles von der Eröffnung bis zum Schluss innerhalb von 55 Sekunden einmal hier durchgespült weil mehr war die M15 hier gar nicht davor und das ist natürlich das muss ja nicht sein ja also das hier hat 15 Minuten gedauert also wer da hat irgendwie 9.15 Uhr long gegangen ist und hat dann eine Viertelstunde irgendwie aushalten müssen und kriegt das dann innerhalb von 50 Sekunden 55 Sekunden um die Ohren gehauen das ist natürlich ärgerlich und deswegen um 9.30 Uhr oder generell um 30 bin ich immer so ein bisschen auf der Hut weil es einfach sehr sehr oft ist dass dann halt eben genau die Richtung komplett umdreht und wir sind hier in der Stunde ja auch wenn ich hier jetzt long war und auch hier unten den hätte auch schon machen können ja den ich ja vorher hier drin hatte wir sind aber in der Stunde und die kommt jetzt einfach laufen wir hier oben gegen diese verkaufte Aufwärtsbewegung auch wenn das nur der Future über Nacht war ist egal ja aber da laufen wir jetzt erstmal gerade dagegen und das egal wie das jetzt hier aussieht ne schöner langer quasi nicht wirklich Hammer also hier mit der 9 Uhr Eröffnung dann nochmal einen drangesetzt ja alles egal also das kann einfach trotzdem komplett nach unten drücken und deswegen da ein bisschen vorsichtig vor allen Dingen hier sieht man halt auch und das ist jetzt eigentlich echt schön also hier das Flugslevel was hier automatisch eingezeichnet ist durch die Trenderkennung genau einen Punkt darunter das ist natürlich extrem sauber und da ist halt einfach die Grenze also die Trendgrenze für den 5 Minuten Chart die ist einfach genau da oben und das ist gerade echt sehr sehr schick gelaufen und das übrigens auch finde ich immer wieder außerhalb des Kassahandels viel viel sauberer zu handeln als jetzt irgendwie weil im Kassamarkt spielt natürlich der Aktien Markt da voll mit rein und hier sind halt nur Future Händler nur Algos und die brauchen natürlich oder gerade die Algos eine gewisse Genauigkeit ja dann eben auch also wenn die jetzt zum Beispiel halt kleine Trends oder irgendwas dann halt handeln und daher kommt es dann auch dass es sehr sauber läuft ja aber das war erstmal gut und das heißt aber auf der anderen Seite wenn wir jetzt darüber springen sollten kann es halt eben auch mal kurz abheben also ein bisschen tricky hier der Punkt an dem wir jetzt hier gerade stehen muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt die nächste Position unbedingt mit Gewalt dann halt suchen so ich gehe mal nochmal zurück auf den DAX mal gucken was der hier treibt also der ich soll nochmal hier kurz einen Überblick verschaffen in der Stunde so das heißt hier einmal unter die 14.000 dann hier SMA 20 jetzt wird das Ganze natürlich deutlicher wenn man nachher dann sieht sollte das jetzt irgendwie nach oben auflösen dann würde man so sehen naja guck mal einfach nur SMA 20 long aber wenn man das natürlich mit der Lupe betrachtet wie wir es halt hier die ganze Zeit machen ist es natürlich nochmal was nochmal was anderes aber generell passt es hier einmal kurz rein einmal die Psychoabteilung hier umfasst 60 Punkte da halt irgendwie mal kurz nervös gemacht und dann jetzt doch wieder rauf und kann halt hier oben schon nochmal bis in den Bereich laufen das kann der schon machen und von daher ist das erstmal legitim und der DAO auch wenn er jetzt hier irgendwie eine rote Linie von mir gerade bekommen hat aber da habe ich ja auch schon ganz am Anfang gesagt der kann auch nochmal ein bisschen deutlicher da oben reinstechen also auch über das Tageshoch von gestern rauf bis auf die 33.400 eigentlich überhaupt gar kein Problem entscheiden wird dann halt eben was am Ende des Tages passiert was der Markt dann eben ab 8 oder 9 Uhr dann draus macht das heißt das heißt sollten wir irgendwie im Dau nachher zur Kasse eröffnen ungefähr da stehen wo wir jetzt stehen und der Markt erstmal abheben würde mich nicht wundern wenn es nach 20 Uhr einmal komplett in die andere Richtung geht aber das weiß ich jetzt natürlich nicht weil da muss man dann halt sehen wo wir dann uns dann halt eben wirklich befinden so der DAX macht auch gerade nur so ein paar Turnübungen wobei ich bin da so ein bisschen geneigt da nochmal long reinzugehen ehrlich gesagt weil er sich da jetzt erstmal relativ gut da hält wir stehen ja auch hier wenn ich das richtig sehe über dem Tageshoch von gestern das wäre jetzt auch nicht unbedingt also ein Schwarzsignal dass wir da drüber laufen von daher kann das auch sein das versuchen wir jetzt einfach mal kann schon sein dass wir dort jetzt auch nochmal einen Schuss nach oben kriegen wie gesagt wenn es nur ein paar Punkte sind wäre es auch okay aber grundsätzlich spricht für meine Begriffe da erstmal relativ wenig dagegen warum der nicht nochmal irgendwie sich auf der Oberseite ein Stückchen versuchen kann hier unten auch der Daily den wollte ich größer machen den hier nicht also wer irgendwie nochmal drei Punkte gehabt haben wollte die gibt es jetzt hier sieben Punkte so und jetzt einmal ja schon wieder break even gezogen hier durch die Automatik jetzt gerade und entweder wird das wieder nur ein plus eins oder wir haben jetzt hier mal ein bisschen mehr Impuls nach oben raus keine Ahnung das ist halt so ein bisschen so ein bisschen choppy also zum skypen finde ich es irgendwie relativ einfach aber jetzt halt hier für eine fette Bewegung eher vielleicht ein bisschen schawieriger ne ja das ist halt choppy also das kaum geht es mal ein paar Punkte rauf sind wir direkt wieder unten und wir versuchen natürlich jetzt auch hier nur das ist erstmal nur ein Versuch über das Valley Area High und auch über das Vortages hoch hinaus zu laufen mehr ist es noch nicht ist aber erstmal und deswegen auch hier mein Long gerade ist aber erstmal kein Schwarzsignal ja also das heißt wenn wir über das Vortages hoch raus laufen erstmal nicht kann jetzt aber trotzdem sein dass ich hier wieder abgeholt werde und dann wieder unten ansitzen und dann nochmal hinlaufen dann ist das halt eben halt heute dann ist es halt so ja ich kann es nicht ändern weil wir sehen ja auch insgesamt hier es ist ein bisschen schwierig beziehungsweise der DAX tut sich weh hier mal irgendwie eine klare Richtung gerade einzuschlagen und aber es liegt schon auf der Hand dass wir hier oben dass das High nochmal sehen auch wenn auch wenn ich jetzt hier vielleicht gleich wieder rausfliege kann natürlich sein aber das ist klar sonst ist ja hier erstmal auch nichts warum jetzt hier irgendwie der Markt dann großartig nach unten drücken sollte klar ich habe hier ein paar ein paar Levels drin aber die werden ja auch die ganze Zeit schon gehandelt und irgendwann ist ja auch mal gut ne also hier die 14.050 da kann man ja trotzdem mal irgendwie eine Runde drüber schießen und sich dann halt nachher wieder mit befassen so bin ich mal gespannt die 5-Minuten-Kerze hier ist auch noch im Pivot sehe ich gerade so von daher auch erstmal legitim da hin zu laufen und natürlich auch nicht weniger legitim abzuprallen oder drüber zu laufen aber erstmal gehandelt worden und ja ach ja das hin und her geht geht einfach nur nochmal ein Stück weiter also zum skypen wäre mega einfach irgendwie so weil es ja halt eben sich nicht wirklich bewegt ne also einfach nur die Impulsrichtung hier man sieht okay drückt nach oben nimm halt ein paar Punkte nach oben mit relativ risikoarm und oben halt genauso aber das ist natürlich hier Quatsch ne also wird jetzt irgendwie also mit Quatsch meine ich halt hier dieses hin und her aber kann ich ja nichts ableiten davon ne also waren halt wieder zwei Punkte aber das ist naja wie viel war das Ding hier vorne insgesamt also ich lege keine Position ich nutze es nur gerade ganz unkonventionell zu messen 1437 bis 53 also 15 Punkte waren es und ja also irgendwie ich hätte ja auch irgendwie so ein bisschen paar Punkte höher mal noch da oben durchgekonnt aber der DAX will heute nicht irgendwie will sich nicht bewegen also wir stehen auch hier nein gucken wir uns das auch mal an wir stehen hier gerade mal wieder 20 Punkte über der Eröffnung also da geht einfach nichts vorwärts gerade auch also Tendenz seitwärts bis irgendwie longimpulsig aber übergeordnet auch eher runter und wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige der das irgendwie so wahrnimmt und deswegen läuft das alles hier auch so ein bisschen arg gegeneinander DAO hat hier auch nur einen kleinen Schuss drüber gemacht ne da hätte sogar noch der Short von eben den ich da gehabt habe ne der lag ja hier oben irgendwo in dem Bereich der hat auch schon wieder gepasst aber ich glaube hier werden wir jetzt irgendwie nicht ohne weiteres eine saubere weit laufende Position bis 10 Uhr da reinkriegen das dürfte schwierig werden ne ne hier sieht man auch so gerade umgesprungen ne auf Grau heißt erstmal Trendlos einfach nur aber der der Short ist halt kaputt der Short Trend erstmal M15 unverändert Long H1 unverändert Short da könnte man jetzt auch mal als Beispiel mal kurz den Zollstock anlegen und dann halt mal gucken was da eigentlich passiert ist so von der Bewegung her ja kaum was korrigiert halt ne also hier gerade mal die 23,6 zwar von der Aufwärtsbewegung ne aber heißt eben auch dass der der eigentliche Short Trend der ja hier sich eben da an der Stelle definiert dass der gerade mal 23 Prozent von der eigentlichen Trendrichtung gelaufen ist das heißt der wenn der fortgesetzt wird und dann reden wir natürlich hier wieder über das Tagestief von gestern so aber wird man dann halt irgendwie im Laufe des Tages fürchte ich erst rausfinden können aber es hier auch nicht so wenn man sich das mal anguckt das hoch hier dann hier nur ein kleines drüber das letzte dann halt wieder tiefer also so wahnsinnig deutlich ist das halt alles nicht und da deswegen würde ich mich da auch eher so am Daily dann auch orientieren so was waren das dann heute irgendwie 12, 13 Punkte aber okay also es waren ja auch einige dabei die halt ja auch hier irgendwie schneller unterwegs waren und selbst mit den Trades die ich hier aufgemacht habe mehr rausgeholt haben weil es war ja irgendwie der erste DAX der glaube ich auch irgendwie 10 15 gelaufen der jetzt hier auch wieder ne wenn man die natürlich irgendwo auch nur eine Hälfte erwischt hat sind es halt auch nochmal 15 Punkte mehr gewesen als ich hier draus gemacht habe ne ja die FED morgen klar sicher ne was ist denn eigentlich also was wird morgen entschieden kann das vielleicht mal einer aber oft ist es auch eben so ne dass der Markt sich wunderbar dafür dann eben positioniert ne und dann kriegt man bei der FED Sitzung dann halt nur äh Zinsanhebung also Zinsentscheid äh ist dann halt morgen bei mit der FED klar da wird es natürlich dann halt ein bisschen rappeln ne und aber im Endeffekt auch nur das ähm das Bild dann halt voll machen also kann natürlich auch sein ich habe ja irgendwie gestern geschrieben dass wir dann ab heute möglicherweise den Run unter die 33 033 kriegen also da wo er halt auch gestern dann im Endeffekt wirklich geschlossen hat und ähm kann natürlich auch sein dass es morgen kommt ne dass wir heute erstmal ein bisschen obenrum dackeln und dann morgen dann halt eine abendliche Bewegung dann nach unten sehen werden würde natürlich dann im Hinblick darauf dass ja dann eben die die FED morgen ist ja dann auch Sinn machen das ist ja gar keine Frage so aber ich glaube das hier mag ich nicht mehr so wirklich handeln jetzt ne bei mir läuft das alles so ein bisschen zu sehr weiß ich nicht gegeneinander ne also H1 müsste eigentlich runter der M15 will unbedingt drauf der M5 eiert hier irgendwie am R1 rum das ist irgendwie nicht schön gerade ne und DAX eiert irgendwie auch glaube ich irgendwie nur ja sehe ich auf dem Handy der eiert auch irgendwie nur gerade rum da passiert halt nicht viel also ich glaube macht erstmal wenig Sinn jetzt jetzt hier weiter zu machen also ein paar Punkte gab es ja irgendwie 3 Trades alle 3 im Plus auch wenn es nicht jetzt irgendwie Monster Trades war aber auch alle Erklärungen soweit passen von daher bin ich da jetzt erstmal dann trotzdem soweit d'accord mit dem Webinar und ich hoffe ihr auch wir müssen es ja nicht unbedingt in die Länge ziehen jetzt ist natürlich jetzt kommt hier so ein bisschen Bewegung dann halt auf mal gucken wenn es Sinn macht so und ich rede natürlich nicht von Long ist klar das ist klar außer er zieht jetzt hier wieder zurück und dann also dann auch nicht Long ja sondern aber dann wäre ich eher so dann freund davon zu sagen okay lasst uns in die Sonne setzen aber das hier sieht eigentlich schon so ein bisschen nach mach das hier mal noch ein bisschen größer dass man es nochmal sieht wir hängen wieder unter der 114 da hat er ihn gerade wieder sauber drunter gedrückt jetzt hier Richtung Value Area Low und könnten natürlich jetzt auch hier ganz stressfrei nach unten komplett weglaufen jetzt hat hier nur so ein bisschen weit gelaufen hier müsste ich jetzt eigentlich die strategische Order an den Start bringen aber ich bin damit so selten unterwegs in letzter Zeit aber ein Ansatz wäre es natürlich auf alle Fälle ich bin nur mal kurz still weil ich gerade überlege ob das hier Sinn machen würde jetzt nochmal ein Shorty aufzumachen müsste dann aber wirklich hier mit Speed da dann auch drunter und nicht irgendwie zu viel da oben rumeiern wird man wahrscheinlich aber oder möglicherweise skalieren müssen aber so wirklich schön sieht es noch nicht aus also der Anfang war gut und hier nur eine kleine Schweinerei an der 142 an der Grenze aber mehr im Endeffekt dann halt auch nicht aber müsste jetzt natürlich dann auch schon also ich warte mir jetzt hier noch diese zwei Minuten ab bis der M5 dann fertig ist und wenn der wieder auf Anfang steht dann kann man es vergessen würde ich mal behaupten ansonsten hätten wir natürlich hier schon die Chance jetzt zum Ende der Stunde hin das dann halt in die übergeordnete Richtung also genau vom Zeitverhalten her wie ich es eigentlich ja vorhin beschrieben habe wir gehen jetzt auf das Ende der Stunde zu und ich würde mich hier dann schon eher dann auf die Stunde konzentrieren als jetzt auf den M15 oder auf den M5 ganz klar deswegen macht das schon Sinn also wie gesagt lasst uns mal irgendwie noch eine Minute warten wenn jetzt irgendwie was deutlicheres kommt und könnte man das halt irgendwie schon versuchen dann halt einzufangen wir müssen natürlich hier unter diese Lows dann halt runter das ist klar das ist natürlich die erste Anlaufstelle das ist auch dann gleichzeitig der der Kasserschluss im Dau von gestern der hängt auch da unten dann müssen wir dann auch drunter und dann hier möglichst in diese Aufwärtsbewegung tief reinstechen und dann wenn halt die richtigen Teilnehmer oder der richtige Algo dabei ist dann wird der den halt dann ab vor allen Dingen ab hier wird es dann entweder deutlich drücken ohne arg für Gegenwehr also oder es wird halt erst gar nicht da hinkommen mal sehen mal sehen aber so richtig gut ist das noch nicht hier so richtig gut ist das noch nicht so fünf Minuten hängt da erstmal soweit okay im DAX das gleiche in grün aber der hängt jetzt genau ich sehe es hier gerade nur parallel auf dem auf dem Handy der hängt wieder an der 14.000 auf die ich so gar keine Lust habe und der Dau sollte sich jetzt wirklich hier besser dann auch wenn das was werden soll in einem Stück dann bitte auch runter drücken und nicht zu viel da oben rum machen aber halt nach der Bewegung hier kam irgendwie halt mir so wirklich was so wirklich nicht mehr so wenn dann bitte jetzt ich ziehe den mal ein bisschen hier hinterher naja aber so wie der schon schließt hier im M12 nur ne aber wieder auf anfangen nee komm lassen wir es gut sein ja das ist mir zu viel geeiere hier an der Stelle vielleicht wird es nachziehen was aber ich würde sagen wir lassen es jetzt hier irgendwie gut sein bevor irgendwie halt wenn wir jetzt hier noch irgendwas einfangen wo wir dann halt irgendwie dann nachher die Stunde hier versauen muss ja vielleicht auch nicht sein gut so dann würde ich nämlich an der Stelle dann nämlich dann den Deckel drauf machen ich hoffe Florian ist für dich dann auch okay und wir müssen das ja hier nicht erzwingen also wer gerade das Bild noch auf hat der sieht ja auch gerade wie irgendwie das Ganze jetzt schon wieder genau auf Anfang von der Abwärtsbewegung wieder zurückläuft also gut dass keiner Short jetzt aufgemacht habe das war die beste Entscheidung eben vorhin dann zu sagen okay dann doch nicht alright also ich hoffe es hat euch Spaß gemacht trotz des schönen Wetters draußen mit dem man aber heute ganz sicher auch noch mehr anfangen kann als jetzt hier nur vor der Kiste zu hocken ich wahrscheinlich nicht ich werde viel vor der Kiste hocken aber eben auch wegen dem anderen Zeug aber trotzdem werde ich nachher auf jeden Fall irgendwo Mittagessen in der Sonne und macht das auch macht was aus dem schönen Wetter und ansonsten haltet natürlich den Markt im Auge passt auf eure Position auf und wenn morgen die fett ist also dann wisst ihr ja dann auch dass das heißt dass man im Zweifelsfalle dann lieber halt irgendwie wenn man nicht weiß was man tut oder sich nicht sicher ist dann lieber irgendwie andere Dinge macht so gut dann sage ich an der Stelle Dankeschön hat mich gefreut hat Spaß gemacht ich hoffe euch auch und wann sehen wir uns wieder Florian ach wir haben ja Moment wir haben ja den die diese diese Woche schon wieder oder diese Woche Freitag ach genau ja stimmt ach je da ist ja richtig was los haben wir dann auch noch also in drei Tagen wieder hier in diesem Theater zu den NFPs genau die haben wir auch noch dann sehen wir uns am Freitag hoffe ich doch ich hoffe dass ihr alle dabei seid wieder und machst du das Florian ich weiß es noch nicht tatsächlich Nelzen ist jetzt wieder da seit heute vielleicht macht er das schaut mal wieder rein bei dir werden wir sehen gut so dann sage ich danke bis demnächst und der Florian hat sehr sehr gern das letzte Wort wenn er denn möchte danke dir danke Dirk danke an die Teilnehmer dass sie so lange dabei waren und mit dem Dirk zusammen durch das Live Trading gegangen sind ich habe nicht viel hinzuzufügen wir hören uns spätestens Freitag wieder zusammen mit Dirk zu den NFPs und bin gespannt was morgen die Zinsen sagen bleiben sie gesund passen sie auf die Positionen auf bis dahin Ciao Ciao Wir schauen uns zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal